Was bisher geschah. Hey, jetzt habe ich schon den fünften Laden. Gabriel Sturmann schaut einfach die ganze Zeit auf sein Handy. So etwas. Um Himmels Willen, was ist das? Was ist das günstigste im Jewelry Store? Wow, die Kasse. Super, ja. Ach du Scheiße, ist das überteuert. Ich gehe mal zu Slaver. Ja, bitte. Warum ist das so überteuert? Was ist jetzt schon wieder so lustig? Eine Mutter. Slaver, Security dort. Oh mein Gott. Wo die Gung, ich komme gleich. Mein Income ist jetzt bei 922. Slaver, da bist du. Ich bekomme fast 1000 Sekunden. Das ist ja übelst krank. Fast 1000? Ich gehe mal hier spielen. Ich kann es mal nie, mal nie, mal nie. Kommt, noch mehr Codes, bitte. Mama. Mama, Mama. Ronin, hast du das gekauft? Das ist da hier am Ende. Ich kaufe jetzt hier eine Soap. Hey, ich habe mich gewa... Hey, ich... Blubber. Ach, hast du die Slaverone-Creme gekauft? Ich kaufe alles zu mir. Oh mein Gott, Customers are happy. Ich habe 19.000... Ronin hat Slaverone-Creme gekauft. Made in Oslo. Ach so, es ist falsch. Also, der zweite... Der zweite Etage... Candy Store, epic. Ich mache mir einen Aircut bei dir. Kann man das? Ne, leider nicht. Ja, das kann man. Ronin, schau, ich habe einen Candy Store. Der ist epic und rare. Nein, schau meine Haare an, Slaver. Juni, schau mal, wie viel Cash ich habe. Ich glaube, mein Frisar hat... ... seine Ausbildung... ... an einem Ort gemacht, wo er nicht sollte. Alter, deine Frisur! Ronin ist bei mir die Haare schneiden gegangen... ... und dann hat er so eine schlechte Frisur jetzt. Ja, jetzt habe ich aber nicht mehr... ... weil ich den Charakter resettet habe. Blöd. Also, deine Frisur sah so komisch aus, wie wenn du ins Schwimmen gehst. Leibab ist ruhig, ich weiß nicht. Ich habe den Ort gekauft. Auf Deutsch heißt das Tresor, für die, die es nicht wissen. Wie lange geht diese Aufnahme schon? Eine halbe Stunde. Ein Stor. Ah, mein Akku! Und Jungs, ich bin jetzt auch schnell auf der Toilette... ... und komme nachher wieder. Okay, Leute, jetzt können wir sehr viele Sachen machen... ... wenn Ronin weg ist. Schaut doch mal das an. Schaut mal, wie viel Geld ich habe. Wir können sehr viele Sachen machen... ... wenn Ronin ist weg. ... ich habe nicht gehört. Entschuldigung, das war nicht cool, geil. Ich bin jetzt auf dem PC. Ronin, hast du auch ein Video-Game? Leibab, ich bin jetzt auf dem PC. ... ich habe das... ... die Bank completed. Ich kriege so viel Geld, schaut doch das mal an. Und, die kaufen du Video-Game-Store? Ich habe den schon... ... das ist das erste, was ich gekauft habe, Slaver. Ah, ja, stimmt. Oh, was, was, was du gerne mit dem PC? ... ich habe eine Frage an dich. Was, du hast deine Tage? Ja, dann spielst du dir auf dem PC. Was, du hast deine Tage? Nein, das spielst du jetzt auch schon den nächsten Story. Ich kann jetzt... ... in Slaver. ... Spielst du jetzt auf dem PC, hat der gefragt. Ich sage gerne, bitte, holen. Ich glaube, das nächste ist der PC, oh mein Gott. Nein, ich nehme es doch nicht. Nein, habe ich... ... ich habe doch schon dreimal gesagt. Ich habe ein Epic-Store. Ich habe... ... ein Epic-Store. Ja, den habe ich auch jetzt schon lange. Max, hast du Max? Leute, ich habe jetzt schon den... ... den PC-Ding. Weißt du, das letzte... ... von der zweiten Etage. Ach so. Oh mein Gott. Ich will nicht sagen, was passiert ist. Slaver, ich gehe nochmal zu dir. Ich will wieder eine Frisur haben. Diesmal ohne Hut. Könnt ihr mal zu mir kommen, in den zweiten Stock? Das ist doch dick. Ronin! Ronin, kannst du zu mir kommen und in meinen... ... Spa? Dann kannst du dir eine Massage... ... ... ... ... Nehmen wir die Rolltreppe... ... diesmal auf der richtigen Seite. Bitte eine gute Frisur. Bitte eine gute Frisur. Heute kommt man zu mir. Nein, was ist das? Heute kommt man zu mir. Alter, geil! Oh mein Gott. Wo ist dein Spa? Ja, aber der ist noch nicht fertig. Warte. Warte. Jetzt. Oh. Okay, ich bin fast fertig mit dem zweiten Stock. Geil! Ich bin fast fertig mit dem zweiten Stock. Aber ihr... Du bist am Baden. Mit Kleidern. Ich bin fertig mit dem zweiten Stock. Cool. Ah! Jetzt einen Elevator für 93.000 Euro. Ich will nicht mit Ronin baden. Deshalb gehe ich. Hä? Flash hat einen Lollipop gekauft. Schaut mal mein Geld an, Jungs. Gelder... Oh nein. Och, ich hasse es hier mal. Oh mein Gott, ich kaufe jetzt den Grocery Store. Geil. Das Ding ist ja richtig gross. Ich kaufe mir jetzt einen neuen. In welchem Stock hast du den Grocery Store? Das ist halt so ein richtiger Supermarkt. Seafood Store. Ich will doch nur... Ach nee, ich hätte auf Reroll drückt. Ach man, ich bin so dumm. Für Reroll braucht man... Ähm... Robux. Ähm. Warum war mein Mikrofon gemutet? Hey, ich habe den hier schon fertig gekauft. Den Seafood Store. Oh geil, 50.000 Geld. Kann ich alles kaufen? Ich habe den Grocery Store. Das ist nicht so. Ich kaufe mir jetzt einen Beauty Store. Ronin, was ist Thai? Thai Store. Ronin. Thai Food, glaube ich. Nein, Tier. Ach, Krawatten. Oh, warte. Okay. Okay. Malprogress, Malprogress, Floor 204. Several small businesses have shut down following the introduction of a brand new mall created by Roblox user Katie10Official YouTuber. The mall includes 12 stores of different genres. Customers feel happy about the mall so far. One user stated, I had so much fun. Another remarked, awesome mall. Ähm. 725. 3,6000. Was? Ich bin erst bei 468. Alter, wie weit seid ihr? Ich kaufe mir jetzt... Ne, ich kaufe mir doch nicht das hier hinten. Ich muss zuerst die Area hier kaufen. Ach so, jetzt habe ich endlich auch das Railing hier. Kann Jörg schon den dritten Stock kaufen? Ne, ich muss noch das Set Piece kaufen. Alter, die Rolltreppen zum dritten Stock, die kosten 93.000. Och, ne. Ich habe das Set Piece gekauft. Alter, was ist das denn? Ronin, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Junge, das sieht so krass aus. Ronin! Okay, ich komme zu mir, Junge. Ich komme zu mir, Junge. Ronin? Ich komme zu mir, Junge. Ronin? Hast du das Kino schon? Nee. Ja. Ja, ich habe das Kino. Ronin? Ich bin hier draußen rum. Ronin? Ich habe eine Idee. Schau mal eine Frisur an, Ronin. Ronin? Ronin? Hallo? Ronin? 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 Ich habe eine Idee. Du kannst ja aus diesem Video verschiedene Teile machen und dann können wir irgendwann mal wieder ein 40-minütiges Video aufnehmen. und zum Beispiel, das ist jetzt die Staffel 1, aber und bei dieser gibt es vier Teile. Und dann später zu einem anderen Zeitpunkt können wir nochmal ein 40-minütiges Video machen und dann wieder ein paar Teile und dann Staffel 2. Okay. Ich bin bei dir, KDZ. Okay. Äh. Okay, warte. Ich muss hier erstmal runterspringen. Ja, ich verstehe, was du willst. Wo bist du? Ist ein Bonix hier? Wo bist du? Bist du kein Stock? Herr Bonix ist weggegangen auf dem Discord. Hallo? Ja, ich höre dich. Wo? Ah, hier. Hallo? Hi. Ich habe schon mein erstes Kino. Hast du das hier schon? Ich bin's am Bauen. Ohnein, hast du schon dein erstes Kino? Nein. Ich setze meinen Charakter zurück. Leider. Hab ich nicht mehr Slavers coole Frisur. Ein Fountain. Ein Brunnen. Geil. Welchen Stock? Habt ihr schon den dritten Stock? Nee. Nein. Ich bin bald fertig mit dem dritten Stock. Ich bin aber auf dem Weg zum dritten Stock auf jeden Fall. Ich auch. Ich bin bald, äh, reicher als ihr alle. Und wo ist Gabriel Moonly? Das ist ja ein riesiges Kino. Ah, nein. Nein, ich habe wieder Internetprobleme. Nein. Nein, bei mir leckt's auch Slaver. Ja. Ja, gell. Bei mir leckt's auch. Das ist wegen dem Schatten. Ich dachte, dass das gerade am aufbauen ist. Alter. Nein, 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 nein. Hat man dann immer noch all das, was man hat? Ja, natürlich. Ja, das Ding jetzt reicht. Ich muss jetzt nochmal ran scheunen. Nein, Leider. Wart denn noch kurz? Ich habe meine Kinos fertig. Warum? Ich habe das Kino fertig. Warum? Warum will ich denn wieder spielen? Warum sollte ich warten? Ich habe das Kino fertig, Jungs. Ich habe das Kino fertig, Jungs. Dein Warten ist der Mais. Wieso soll er warten? Ah, nein. Ich habe den Blick. Ja, eben. Ich will wieder spielen. Hallo? Weil ich das jetzt sage. Weil ich das jetzt sage. Okay, Leute. Wir müssen an dieser Stelle das Video beenden. Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und Abo da. Ciao. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt alle. Könnt ihr vielleicht einfach Ciao sagen? Ciao, Leute. Like und abu. Yeah. Ciao.